Köln gegen die Liebste! Wir nehmen alle die Hände in den Himmel! Jawoll! Das ist doch fein! Er ist Piotr, noch besser und stärker als je zuvor. Er ist und bleibt der echte Köln-Chulung. Er ist und bleibt der echte Köln-Chulung. Ich hab da einen Boden, der ist froh in der Straße. Zwei kleine Zimmer, keine Küche und kein Bad. Die Heizung ist im Eimer und kein Licht im Treppenhaus. Der Absolute wartet, umso teuer ist sie auch. Aber ausziehen werde ich da nie. Und der Grund dafür ist sie. Der absolute Ausgewinn ist meine geile Nachbarin. Denn immer wenn ich einsam bin, geh ich zu meiner Nachbarin. Der absolute Ausgewinn ist meine geile Nachbarin. Denn immer wenn ich einsam bin, geh ich zu meiner Nachbarin. Der absolute Ausgewinn ist meine geile Nachbarin. Der absolute Ausgewinn ist meine geile Nachbarin. Denn immer wenn ich einsam bin, geh ich zu meiner Nachbarin. Der absolute Ausgewinn ist meine geile Nachbarin. Der absolute Ausgewinn ist meine geile Nachbarin. Vielen Dank.